Das wiederum ist jetzt scheiße, dass die Ratte uns ausräumt. Okay, Geld. Fünfter Tag und wir haben fast kein Geld. Da könnte ich einen Marktplatz hinbauen, da nicht. Okay, dann wird der nächste Marktplatz halt hier irgendwo hinkommen. Sobald ich das Geld für den habe. So, wie es aussieht, sind die Gebäude da unten gerade in Sicherheit. Ja, erstmal der nächste Marktplatz, bevor wir... Du hattest zum Glück kein Geld dabei. Ja, die halte sich einigermaßen fern von uns. Da unten, das können sie ruhig platt machen, das brauchen wir nicht. Ja, jetzt haben wir genug Geld für den zweiten Marktplatz. Auch wenn ich ihn gern hier irgendwo hinbauen würde, aber da muss er eben hier hin gehen. Ich bin raus. Und der letzte geht dann hier hin. Da sind sie alle drei verteilt. Das war... Einer meiner Warrior. Ja, der Troll. Ah, sehr schön. Markttag. Den Marktplatz langsam verbessern. Hier auch den Markttag. Das wiederum ist es blöd. Das wiederum ist es blöd. Das wiederum ist es blöd. icket το ένα. Das wiederum ist blöd. Welche Trollen geht dann rechtzeitig den Marktplatz reparieren. Daher gibt's auch noch mehr Trollen noch. Weiß ich, dass sie nearly empty ist. So, hier ein Guardhouse, das dürfte das Ganze ein bisschen besser schützen. Und Healing Potions, dass wir den Marktplatz auch demnächst upgraden können. Das war meine Palastwoche. Marktplatz upgraden, den da auch upgraden. Oh, und wir haben eine Fountain. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch uns hier irgendwie schützen. Dann werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen weiter weg das Guardhouse bauen. So, Markthage. Ich serve mit Leidenschaft. In the name of the Sovereign. Okay, Trolle können immer noch ganz schön garstig sein. Allgemein, sobald der letzte Marktplatz steht. Also erstmal den auf drei upgraden. Der ist auf zwei noch ganz okay. Sobald der dritte Marktplatz steht, werde ich ein paar Guardhäuser upgraden. So, das dürfte gut sein. Dann können wir hier nämlich den Marktplatz dann hinsetzen. Den Marktplatz lassen sie zurück im Großen und Ganzen. Du beschissene Ratte. Du beschissene Ratte. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Kann mal jemand die Ratte töten, bevor die wieder meinen? Oh, sie geht weg. Das ist wenigstens etwas. Das ist halt der Mission halt um einiges nerviger. Ja. Ihr Majesty, ein new building ist complete. Halt! So, wir haben genug Geld für den Marktplatz. Ich würde ja wissen, könnten wir in der Nähe von dem Ding einen Trading Post bauen. Nein, ist zu nah am Marktplatz. Hier unten wäre einer möglich. So, jetzt haben wir drei Marktplätze. Wenn ich mir den Tag so ansehe und unser aktuelles Gold, verzichte ich lieber drauf. Halt! Schawrin! Dein Marktplatz ist jetzt besser. Tax-Kollektor! Okay. Protecting Wings. Ich serve mit Leisure. Tax-Kollektor! Der kommt jetzt mit ordentlich Geld. Das heißt, ich kann meine Marktplätze upgraden. Das heißt, ich kann meine Marktplätze upgraden. Das heißt, ich kann meine Marktplätze upgraden. Sovereign, your marketplace now serves you better. So. Sovereign, a building has been upgraded. Und damit dürften wir jetzt eigentlich im Rennen sein, in 25 Tagen Geld, das Geld zusammen zu kriegen. Ich serve mit Leisure. More gold, your majesty! Tax-Kollektor! Halt! Ah! Alles weitere ist eigentlich nur noch Gebäudereparatur. Sovereign. Wobei ich mir echt nicht sicher bin, ob ich nicht irgendwo einen Trading Post hinstellen könnte. Sovereign, your marketplace now serves you better. Hier zum Beispiel. Sovereign, your majesty! Tax-Kollektor! Der Marktplatz hier, der könnte jetzt wieder ein Problem machen. Sovereign, your majesty! Tax-Kollektor! Tax-Kollektor! Genau, bitte repariert das Ding. Tax-Kollektor! Ich spendier auch etwas Geld dafür, dass ihr das Ding am Leben haltet, bitte! Danke! Ich werde doch hier noch ein Guard-Haus brauchen. Tax-Kollektor! Tax-Kollektor! More gold, your majesty! So, Geldzuwachs. Sehr großer Geldzuwachs. So, sicher, sicher ist sicher. Sovereign! Ist ja... Ihr seid dinero. Your majesty! A new building is complete! My sir, will space? Hz? Facebook! Did you manage it? A new building is complete. Tax collector. A foul beast approaches.